hallöchen zunächst den mod vorstellung heute haben wir hier ein ihc 644 und 644 mit gang schaltung gucken uns mal schon den einen hier an denn ohne gang schaltung das ist übrigens die version 2.0 jetzt gerade wieder frisch rausgekommen und da es den mod schon seit 2019 wohl scheinbar gibt habe ich mir gedacht okay dann gucken wir doch mal noch mal genauer die 2 version an die 1 habe ich nämlich wohl übersehen genau der mod hat jetzt die version nummer 2 und hat eine größe von 26 megabyte so sieht der gute aus 64 ps 62 liter sprit und 33 kmh sieht soweit gut aus kann man sich eigentlich nicht wirklich beschweren muss man sagen ja man kann die felgenfarbe ein paar sachen abändern man kann sich auch so haben in goldfarben würde ich mal sagen hauptfarbe können da auch ein bisschen abändern da könnt ihr ein bisschen im rot rum vorwerden oder auch im schwarz designfarbe das wäre es der auspuff dann kann man auch ein bisschen einfärben auch eine nette sache werden mal doch mal nicht mal im schwarz haben will kann man ihn dann auch mal in grau haben dann folgendes 2 wd kann man auswählen 4 wd kann man auswählen und reifenvariante dazu 2 wd so dann haben wir hier die pflege bereifung damit die 2 wd doppel bereifung hinten und 2 wd breitreifen und ja das war es aber auch schon wieder hier man sieht dann haben wir hier die 4 wd dann haben wir 4 wd werks bereifung dann haben wir 4 wd doppel bereifung hinten 4 wd mit breit bereifung mit gewichten wahrscheinlich und die werks bereifung wieder die paar sachen sind ja möglich dann haben wir hier beim design erstmal dieses ja übers schutz überschlag schutzbügel wie sie es hier nennt dann haben wir hier den fritz meyer m 701 dach sprich es ist noch seitlich offen hier alles nur von dem saal zu dann haben wir die möglichkeit m 701 fritz meyer dann wäre schon mal die ganze kabine dran genau und wir können noch dann ihn so machen dass das dach praktisch nur seine dächtchen ist und ja dann haben wir noch die kabine die könnt ihr dann auch haben komplett noch mal die 2000er komfort kabine das ist wahrscheinlich schon das neuere modell würde ich behaupten und dann fangen wir vorne an design hier rundum leuchte oder keine motorausführung 64 ps 60 ps 66 ps neues design also die paar variationen gibt es hier frontlader können wir haben frontanbau schuldigung von über gewicht träger da wird es auch interessant hiervon da kann man einiges hinhängen man sieht ein paar kilo immer mehr und es wird immer mehr und es wird aber hier jetzt nicht auf es geht weiter der spaß es geht noch weiter also kommt ordentlich ein gewicht zustande hier und der frontlader aber würde dann so aussehen na gut das ist der hier den guck muss man das mal ganz kurz schnell an ich denke er braucht nicht auch viel sagen da kann man nicht viel einstellen na zwei d4 wd dann können wir hier nämlich auswählen die zwölf bereifung breit reifen und merkt hier auch nicht über schlag schutz bügel wie beim anderen auch in der ganzen kabine so wenn man das start ist ein standard mit rundum leichte ja oder nein hier haben die motorausführung 54 60 66 60 66 54 genau und dann halt die ganzen gewichtreicher von dran man zieht hier gewichte um gewichte und hier unten haben wir dann noch den frontlader wir anderen auch genau mehr kann man hier eigentlich nicht einstellen so das ist der jetzt ohne ganz schaltung sound mit frontlader und gewicht einem gewicht vorne dran ich den braucht man sich nicht beschweren ich glaube das passt soweit hier wenn man näher hingeht ein bisschen verschwommen ja aber ich glaube das ist nicht so heavy da bist du schlechtere sachen schon gesehen faktisch er hört sich gut an da kann man sich auch nicht beschweren und zum beispiel vorhin hatte er keinen fehler wenn man einsteigt achtung aufpassen hier unten geht ein hebel runter sieht man nicht aus wie eine bremse sonst passiert hier erstmal gar nichts haben die hupe man kennt sie ja er hat normales IC drin das heißt wir können hier mit dieser taste ihr seht vorne an den schutzblechen die können wir hier weg machen hier können wir dann zum beispiel sagen wir klappen hier mal auf somit können wir auch hier denn die türchen aufmachen hier drüben ich mache mal das ding hier weg kann man auch die fenster aufschieben noch mal dazu sonst zieht es auch hier aufpassen der hebel hier geht auch schön runter zum verschluss würde ich sagen ich habe noch denn die türen öffnen und hier drüben kann man dann auch wie wie drüben auch die tür öffnen wenn man das darauf geklappt hat man ganz auch nicht offen lassen und auch hier die scheibenfenster auch hier geht der hebel runter echt schön gemacht hier muss man sagen sonst war glaube ich nichts mehr eingebaut nein war nichts mehr eingebaut dann würde ich sagen wir lassen jetzt einfach mal den motors und an man sieht davon da blinkt es auch im display gerade eben mal jetzt kein bisschen aufflackern sehen da kann man sich nicht beschweren lenkung ist ziemlich schnell also wirklich sehr sehr schnell da müsst ihr echt aufpassen ich mache mal den sound aus neuer hydraulik sound hinten ob das hier in der version neu ist ist die andere frage ob die schon der ersten version schon drin war kann ich nicht beurteilen hört sich auf jeden fall ziemlich gut an das ganze belastungs sound ist auch da geht auch gleich wieder aus das passt soweit sehr schön wir gucken mal es ist kein frontlader dabei extra für ihn ob der hier passt wir werden sehen ja er passt oder würde passen ja passt sehr schön gut der zeiger funktioniert von er wackelt aber ein bisschen hin und her das dreht sich von auch der lüfter man sieht hier ein bisschen würde ich sagen es funktioniert soweit wir haben jetzt hier hinten noch die zwei anderen varianten stehen ich glaube da fällt aber auch noch mal eine variante weg im dach ja die ein dach variante fällt noch genau so jetzt gucken wir mal wie es im dunkeln aussieht ist ja auch für viele für euch interessant also einmal licht hier einmal licht auf hinten passiert nichts vorne ein bisschen mehr und dann geht hinten noch ein licht dann alles aus hier drin haben wir sehen hier das lila nicht es geht ganz leicht leichte beleuchtung vom display ist an und dann geht hier noch ein lichtchen zusätzlich ein hier aber sonst ist nichts mehr beleuchtet wieder aus blinker man sieht es auch im display auch beide seiten schön die andere seite vom blinker funktioniert also auch kein problem und den wagen blinker haben auch natürlich der funktioniert natürlich auch sehr schön gut umleuchtet der nachbarn traktor der blinkt auch fröhlich vor sich hin so jetzt werden wir hier mal kurz noch wieder zurückgehen in den tag und dann gucken uns mal noch die schaltzahlen von dem guten an machen wir mal anhört sich ja genauso an aber auch hier tun die ja der fuß funktioniert genau hier wollte ich noch sagen der fuß funktioniert auf jeden fall mit dem anderen fuß ein bisschen bewegen tut er sich ich denke als hof traktor perfekt hier auf dem kleineren betrieb gut einsetzbar auf jeden fall ja log datei ihr seid selber hier unten da ist nichts der ist sauber da ist nichts passiert nicht nichts falsch sozusagen würde ich mal behaupten und ja so wenn er jetzt ein davon haben wollte man sich ein mutter dann wieder link und in beschreibung drin da könnt ihr wieder runterladen und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal macht's gut und ciao